Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eins vorweg, tausend Dank wieder an jenen neuen Abonnenten. Also es freut mich, ich kann es nicht oft genug sagen, jeden Tag, wenn ich die neuen Abonnenten sehe. Also vielen, vielen Dank. Und wer noch nicht abonniert hat, gerne ein Abo dalassen, aktiviert die Glocke. Jeden Tag kommen von mir neue Videos über Aktien und auf meinem Zweitkanal über Kryptowährungen. Aber kommen wir jetzt einmal zum Xiaomi Update. Die Aktie, da will ich heute gar nicht so drauf eingehen, befindet sich in einer Seitwärtsbewegung, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn die letzten Tage etwas besser gelaufen sind, eigentlich sehr schön, immer mit einem Plus geschlossen worden. Aber sie schaffen es halt nicht weiter nach oben. Aber das ist erstmal zweitrangig. Was gibt es denn für Nachrichten von Xiaomi? Und zwar gab es ja die Nachricht, dass die Handelsbeschränkungen aufgehoben sind. Da gibt es leider noch zwiegespaltene Meinungen. Und zwar gibt es, also die Klage ist ja erstmal abgewiesen, aber die ist halt noch nicht endgültig vom Tisch. Und hier wird es geschrieben, Befürchtung, dass die US-Regierung künftig noch neue Handelsbeschränkungen beschließen könnte, lassen die Käufer natürlich zögern. Aber es gab halt eine kleine Kursverbesserung. Die 5G-Telefonauslieferung reicht im März ein Allzeithoch. Das ist natürlich auch ein sehr guter Punkt. 5G-Modelle werden immer mehr gefragt. Und das Problem ist halt bei Xiaomi wirklich dieser Handelsstreit, diese Klage. Das sind eigentlich so die zwei wesentliche Punkte, wo man sagen kann, deshalb steigt der Kurs einfach nicht weiter nach oben, als wie man erwartet hat. Und trotz all diesen positiven Nachrichten, und ihr wisst ja eigentlich in jedem Video, erzähle ich ja, was gibt es für Nachrichten, für positive Nachrichten. Natürlich auch, wenn es negative Nachrichten, negative Nachrichten berichte ich drüber. Aber es gibt eigentlich nur positive Nachrichten. Und das wisst ihr selber, viele von euch schreiben mir ja da, warum steigt der Kurs einfach nicht? Und Xiaomi zeigt aber einfach, dass sie es schaffen können, weiter zu wachsen. Also man sieht hier diesen ganz, ganz leichten Aufwärtstrend. Klar, im Gesamtbild ist es eine Seitwärtsbewegung, aber sie versuchen es. Sie versuchen immer weiter nach oben zu kommen, auch wenn es minimal nur ist. Am Freitag mit einem Plus von 0,04 Prozent. Also eigentlich nicht viel, aber immer noch besser als ein Minus. Das ist einfach so. Und was gibt es sonst noch für Nachrichten? Und zwar gab es ja die Meldungen, dass das Mi Mix Fold, also dieses Club-Handy, durch eine E-Mail-Nummer, und am Hinten das G steht meist, oder steht bei Xiaomi eigentlich immer für global. Das heißt, das Handy, das Modell wird dann global angeboten. Aber jetzt hieß es wirklich, das Handy wird es nicht 2021 auf dem deutschen Markt geben. Aber, und das ist das Gute, es gibt mehrere Shops, die es trotzdem nach Deutschland verschicken, also klassische Import-Shops springen ein. Das bedeutet, ihr könnt jetzt vielleicht nicht direkt bei Xiaomi oder im Laden hier kaufen, aber ihr könnt es eben entsprechend über Online-Shops kaufen. Und die Preise fangen ab 1.549 Euro an. Dann geht es weiter höher bis zu 2.000 Euro. Und das ist natürlich schon ordentlich happig, aber es wird auf jeden Fall Käufer finden, die hier definitiv zuschlagen werden. Ich finde das Handy wirklich top, also wirklich mega geil. Ich muss jetzt noch meine Frau ein bisschen bequatschen, dass wir den neuen Staubsauger-Roboter bestellen, denn den finde ich ziemlich cool. Denn ein Handy brauche ich jetzt soweit nicht, da ich ein Firmen-Handy habe. Aber hätte ich das nicht, würde ich mir dieses Ding wirklich kaufen. Vielleicht nicht die 2.000 Euro Variante mit 512 Gigabyte, aber die kleinste würde ich mir tatsächlich kaufen. Denn ein Club-Handy ist einfach cool. Und dann das, was man hier alles sieht von der Technik, ist das wirklich absolut beeindruckend. Und dann gibt es an meiner Seite eine sehr gute Nachricht, und zwar Xiaomi beteiligt sich, oder ist an einer Finanzierungsrunde für den KI-Chip-Designer BlackSysam interessiert. Ihr wisst ja, Xiaomi geht jetzt den neuen Weg, indem sie in den Elektromarkt einsteigen. Sie wollen eigene Chips herstellen und nun wollen sie eben auch in den Markt von Halbleitern investieren. Das finde ich persönlich absolut grandios, dass einfach aus dem Grund, da Halbleiter jetzt natürlich gerade sehr, sehr große Lieferprobleme haben. Das bedeutet, alles, was mit Elektronik eigentlich so zu tun hat, hat gerade ziemliche Probleme, die Produkte zu produzieren. Sie mussten Produktion zurückfahren und, und, und. Und jetzt natürlich, und es wird natürlich, genau, jetzt, ich glaube, ich habe 20 Mal hintereinander natürlich gesagt, aber es wird in Zukunft natürlich immer mehr von diesem Produkt benötigt. Das heißt, die Nachfrage wird immer mehr werden. Und die Kunden, zu den Kunden zählt unter anderem BYD, Robert Bosch und Saik Motor, also wirklich sehr, sehr große Unternehmen. bereits und wenn man hier dann wirklich investieren möchte mit rund 231 Millionen US-Dollar, würde das natürlich absolut einen neuen Markteintritt ermöglichen. Xiaomi beteiligt sich ja wirklich bei sehr vielen Unternehmen, aber das ist so jetzt der nächste Schritt. und einige haben mir geschrieben, Alex, weißt du schon was über das neue Elektrofahrzeug? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde nichts, ich finde keinerlei Informationen, Neuigkeiten, Screenshots von irgendeinem Modell, was es gibt. Also, ich finde tatsächlich überhaupt nichts. Und das heißt ja erst mal nichts Negatives. Das ist gerade mal drei Wochen her, dass sie es bekannt gegeben haben. Aber für mich zählt jetzt eigentlich immer mehr, dass der Kurs jetzt einfach endlich mal wieder, soll ich sagen, einfach mal wieder nach oben geht. Also, klar, er wächst immer ein bisschen, aber einfach mal einen Ticken mehr nach oben gehen. Also, ich erwarte ja nicht ein neues Allzeithoch, jetzt in den nächsten Wochen, aber einfach mal wieder, wo die Anleger sagen, ja, ich bin jetzt wieder motiviert. Denn, leider, leider, leider schreiben mir viele Zuschauer, auch in meiner Telegram-Gruppe, die sind von Xiaomi mittlerweile ausgestiegen, weil es ist zu unsicher. Und genau das ist das Problem. Also, die Verunsicherung der Anleger, sie wissen nicht, wie es jetzt in Zukunft weitergeht, wird es noch mehr Sanktionen geben oder gibt es neue Sanktionen oder der Handelsstreit wird ausgeweitet oder, oder, oder. Also, solche Probleme hat ja eigentlich zum Beispiel jetzt Vata als deutsches Unternehmen nicht wirklich. Und das ist halt bei Xiaomi jetzt sehr, sehr schlimm, meines Erachtens. Klar, einer hat geschrieben, es geht denen immer noch besser als Huawei. Absolut richtig. Also, auch mit der Klage, dass sie diese gewonnen haben, ähm, war natürlich absolut eine Top-Nachricht. Aber sie ist eben noch nicht komplett vom Tisch. Und ich verstehe nicht, warum Joe Biden hier nicht endlich mal einen Schlusspunkt zieht. Also, wenn man überlegt, wie abhängig man von China ist, jetzt vielleicht nicht von Xiaomi direkt, aber man ist wirklich von China abhängig. Und ich würde als, wäre ich jetzt Chef von Deutschland, blöd gesagt, würde ich mich nicht trauen, mit China irgendeinen Streit anzufangen, da wir zu sehr abhängig davon sind. Und China kann von jetzt auf gleich sagen, gut, dann beliefern wir euch mit irgendwelchen Produkten nicht mehr oder erheben Zölle auf irgendwelche Produkte oder erhöhen Zölle. Ähm, guckt doch, wo ihr bleibt. Und das ist einfach nur eine reine Eskalation. Das, das würde ich als Startchef auch niemals wollen, denn ein Miteinander ist immer noch besser als ein Gegeneinander. Ich denke mal, das ist wie im privaten Leben. Und da hoffe ich einfach, dass jetzt in Zukunft, in den nächsten paar Wochen, wirklich was passiert. Langfristig gesehen, wie gesagt, bin ich immer noch absoluter Xiaomi-Fan. Also, ihr wisst, ich, es ist das Top-Unternehmen überhaupt. Meiner Meinung nach. Und hier hoffe ich halt einfach, dass wirklich viele weiterhin dabei bleiben und nicht aus, aus, ja, nicht aus Panik, aber aus Emotionen heraus, ähm, hier aussteigen. Denn das wäre natürlich fatal für eine Aktie, wenn immer mehr Anleger ihr Geld hier rausziehen. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020